Willkommen zurück zu Hero Siege. Wir spielen den Online-Multiplayer weiter. Wir spielen jetzt Akt Nr. 4. Ich spiel' ich keins grad Toxic. Mann, tu deinen Arsch. Hier links ist ein World's Monster. Ja, dann tötest du. Ja, bin doch grad da drin. Ja, dann geh doch fort. Aber du merkst es halt nicht. Ja, wie immer, oder? Mystische Handschuhe. Äh, satanische, satanische, satanische. Ja, genau, klar. What the fuck? Okay. Also auch Forst ist legendär, gell? Was los? Nice. Nochmal Explosive Bullets drauf. Nochmal plus 24. 24? 10 All-Talents. Nice. Leider sonst doch ziemlich gut. Nice, Digga. 4,3 Millionen Damage mach' ich jetzt. On-Hit mit der Explosion. Fühlt sich lecker an, auf jeden Fall. Fühlt sich voll lecker an, oder? Ey, voll lecker. Klar. Ich glaub' man nicht, dass es ein satanischer Gegenstand ist. Ne, ist doch okay. Das ist einer, der halt nicht gönnt. Das ist das Ding. Du gönnst nicht. Ja. Ich würd' dir auch nicht gönnen. Toll. Ja. Ist ja gut. Ja. Ja. Ich würd' ich dammit, ich mach' ohne Shit. Ja, gell? Fuckin' ist bloß es vor. Oh, das ist meine Pfeil, ne? Oh, Digga. Der Maul ist der Boss, den wir bringen da. Warum du weiterkillst, weiß ich nicht. Weil du gönnst mir nicht, dass ich Gegner kille, dann gönne ich dir halt auch keine satanischen Gegenstände. Easy, oder? Okay. Kannst du den auch töten, Mann? Entschuldigung. Ich hab's versucht, aber irgendwie hat's funktioniert. Ja. Ist okay. So. Bin schon längst... Da lag zwar noch ein Legend-Hilfe für mich aber scheiß drauf. Ja, bei mir auch. So satanische Gegenstände waren das. Ja, ja. Mhm. Deswegen bin ich einfach reingegangen. Soll ich droppen oder nicht, Alter? Damit du siehst. Ich heiß drauf. Wichser. Mir bringt dies doch nix mit deinen... Ja, es sind halt geteetete Gegenstände. Aber ist doch egal. Das müssen doch die Leute nicht wissen. Ist doch egal. Wir sind bei meinem kleinen Phänomen vorgeprägens. Ach nee, du bist rausgeflogen wieder, ne? Ja. Easy. Ach, Mann. Ja. Aber ich muss nicht... Ich muss ja nicht Ding verlassen, das Spiel, ne? Nee, du kannst ruhig weitermachen. Nee, nee. Und nach. Scheiß drauf machen wir halt dann... Was für eine Map war das? Mhm. Map 2 war das. Stimmt, genau. Ja. Das ist richtig. Stimmt, Map 2 geht dein Molina Multiplayer nicht. Oder zumindest bei Chris nicht. Warum auch immer, aber. Das ist behindert. Ähm. Passwort, Enter. Ah, nice. Jetzt bin ich wieder da. Als vikingo. Voll gebrochener viking. Hahaha. So, Map 3. Los geht's. Äh, so gut. So unfassbar lustig. Und, geht's? Sag bitte nicht, es war Map 3. Ja. Oh, doch. Okay, es war Map 2. Ah, wie schade. Ah. Ah. Weiß, sieht aber genauso aus wie dieselbe mehr. Wie die, wie die zweite, ne? Ist richtig. Stimmt, weil wir haben nur die ersten. Okay. Ach ja, Digga. Das Game ist lustig. It's, it's a fun game. At least it's funny. Ah. Ah. Nee, es hat einer Spaß. Und zwar das Spiel. Ja, ist richtig. Äh, guck mal, ich hab schon wieder Spieler getrollt. Haha. Der Boss ist da. Ah. Mach den mal. Äh. Hast du geguckt, wie satanische Gegenstände auf der Karte aussehen? Rote Dinger. Rote Dinger. Rote Sterne, man. Du Misses. Ah, Sterne. Okay. Oh, Legendary und Mr. Gegenstände. Ich muss mich mal raus. Tschüss. Ja, tschüss. Schuss, alter, Schuss. Schuss, ja, Schuss. Du Misses. Und hat nämlich Slow Day. Oh, Slow Day. Oh. Oh. Oh, ne Halskette. Mmh. Geil. Lecker, alter. Endlich, ne Halskette. Oh, ne. Aber wenigstens weiß? Ich bin auf dem Weg, man. Weiß? Nee, hab schon rausgestellt. Weiß? Oh, nunchuck. Oh, nunchuck. Oh, nunchuck. Oh, nunchuck. Oh, nunchuck. Oh, nunchuck. Und ich hab die Krone. Oh, wow. Oh, man, die ist Power. Also, bei mir ist kein uraltes Monster. Doch, ganz rechts. Äh, nicht ganz rechts, aber gleich, oder? Rechts. Hier drin. Ja, ich weiß. Ne, weiß nicht, deswegen sag ich dir gerade. Ja. Okay, danke. Hier im Käfig. Ist er tot? Ich glaub jetzt. Keine Ahnung. Aber der müsste... Ja, ist tot. Ist tot, ja. Ja, ist tot, ja. Oh, legendäre Schuhe. Oh, nice. Satanische Schuhe. Alter. Alter. Was ist bei dir los, Mann? Ich gönne die einfach nicht. Ja, ich merk. Du hast sowas nicht verdient, weißt? Achso. Satanisch, das muss alles zu mir. Ja, stimmt. Äh, hier ist ein... Hier könnte ein Item sein für dich. Ja, und dann? Hast ein Relikt? Ja, und dann holen wir das. Der Bossen-Counter ist voll. Ja, komm her, Mann. Items. Okay, ich mach keinen Schaden. Ich komm zu dir. Kannst du mir wenigstens sagen, welcher Boss das ist? Ob ich jetzt Angst haben soll, wenn ich jetzt weiter wegstehe oder nicht? Ancient Branch ist das. Nee, Gold. Nee, Gold. Okay. Fast Attacks. Los geht's. Wo ist er denn? Ah, der mit dem Totenkopf. Sagst du halt nicht, ne? Was denn? Das ist der mit dem Totenkopf. Ich hab doch gesagt Ancient Branch. Ja. Merk. Ä Ä bütün. Ja. Oder soll ich wissen, dass das Däme Totenkopf ist? Ja du duRAhh. 尼 KICHT? Für mich ist nichts, leider. Ja. Spektralprojektile. Nice. Ähh, mein mir ist einer, der.. EIN, Mori. will sich einer, der irgendwie was getropt bekommt. Ähueaah. Hauptsache ich gönn nich. Hauptsache du gönnst nich? Ja eben. Ja. Du gönnst mir wieder nicht día. S- So, letzte Map. Für diesen! ARK. Duack. Kein U-Einfrast. Oh nein, 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 nein. 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 Reingefroren. Da war ich auch. Ah, okay. Ist auch lustig. Ich hab zwei Kristallschlüsse, aber keine normale Schlüsse. Wenn ich's mehr da leggelein. Bin drin. Noch schöner Ampurs Level. Ausgerechnet bei dem. Ja, wir werden eh alles verlieren. Das ist ja meine zweite Form, wenn wir sterben. Wie immer. Nur auf dieser Seite leider auf der anderen Seite sind. Tschüss. Er ist aber tot. Oh, fuck ich auch, pass auf. Mhm, mhm. Ampurs oder wo vorne? Äh, der Kopf ist zu mir geflogen. Wow. Ein Wurmholt Key und drei mystische Gegenstände. Drei mystische, bei mir ein Legendary und ein Wurmholt Key. Wow. Worth. So, bin Redo. Mhm, interessiert mich nicht. Warte kurz bitte. Okay. Das war eine geile Waffe, genau. Legendary Waffe. Die ist aber leider ein bisschen viel schlechter als wie meine. als wie der, wo ich hab. Als wie, wo ich. Du weißt. Jetzt mach jetzt. Gehst du rein? Scheiße. Bist du drin? Ja, ich muss in der Stadt dann ausrüstung. Ja, interessiert mich nur direkt gesagt, oder? Okay, Entschuldigung. Oder hast du was anderes gehört, Digga? Haha, ich hab gehört, dass du dumm bist. Ja. Kannst du deine Türme wenigstens überall hinstellen. Ja. Aha, genau. Mhm, 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 mhm. Kein Mana dafür. Bitte nicht im Weg stellen, ja? Ich will nicht sterben wegen dir. Aha, gut. Das ist alles... Kürbis. Nur wegen Halloween, oder was? What? Ey, one-shotted man. Ich will nicht sterben wegen dir. Ey. Ja, wenn du one-shot bist, dann trotzdem. Was soll ich machen? Ja, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. Wo? One-shot man. Ja. Danke, ich hatte keine Ahnung, wo ich hin offen soll jetzt. Ja, ist doch egal, wohin. Ich hab eh überall direkt dort. Bleib doch einfach stehen beim nächsten Mal. Lass mich jetzt kurz mal... ...kürz saust das und checken, man. Ja, bitte. Plus 4,3. Werte? Nein. Hoho. Plus 5,2. Oh, nicht shit, man. Schade, jetzt kann ich meine satanischen, äh... Handschuhe nicht mehr gebrauchen. Hier, ich lass es extra fallen, damit du siehst, Alter. Wo ist drop mit Y? Was er mir unterschlägt? Ja.. Würd ich dir nicht glauben würde, Mann. Sagen wir mal... Vielleicht sind die besser, als meine... Hohohofsache! Hohofsache eingepackt, Alter. Weil, wie gesagt, vielleicht sind sie besser als meine, aber meine haben halt Stamina drauf. Bitte, was wechseln? Nix hat dein Maul, ich geh jetzt einfach rein, ja. Nee, warte mal. Weil bei mir ist Arrow Rampage drauf, mein Pfeilhagel, Digga. Ja, und? Mhm. Also, wenn für dich was tropfen, bringt es mir auch was und umgekehrt genauso. Na ja, dann beile dich bitte. Ja, ich bin schon bereit, geh doch rein. Kannst du jetzt, oder? Weil ich kann nicht, wie ein Portal ist. Ist halt so. Weißt? So viel freaking Damage, Alter. Das ist so lustig. Holy shit, Mann. Ja, mega funny. Ich find's lustig. Du brauchst den Counter, das ist schon voll. Ja, das ist nice. Ja, das war jetzt lustig. Dann hoffen wir mal, dass wir den jetzt diesmal killen. Nee, ich hasse den Boss einfach. Nee, übel. Dass die Drecksviecher einen One-Shotten können. Davon kommen gefühlt 100 Stück, Mann. 100 wäre ja noch gut. Ja, stimmt. Nice. Fast, Alter, text, nice. Ah, wieder ein Womb-Hotier. Export von Collision, Digga. Hier. Boom. Boom. So ein schlechtes Alter. Jetzt keine Energie drauf. Scheiße, Mann. Hey, sonst ist es doch egal. Oh ja, warte mal. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Ich stehe, das habe ich natürlich rausgerufen. Ja, kein Problem. Mach mal erst den Boss und dann... Mal schauen. Ich darf anfangen mit dir los. Weißt du, in so einem Boss hat er 1,5 B-Leben. Ich weiß nicht viel, aber... Du kriegst ihn halt so beschissen. Lol. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Nice. Ich bin nicht ganz sicher, aber... So wie er gestorben ist. Ach, deswegen standst du so dumm da mit deinem Anker. Ja, ich habe dann hier hochgeknallt. Ja, nice, Digga. Du misselt. You misselt. You misselt. Oh. Oh, Digga. Oh, wie die schlechte ist, Mann. Hier vielleicht kannst du auch was mit dem scheiß Helm anfangen. Fuck. Also, das Amonett ist, bringt mir schon was. Ja. Ja, mega. Der Helm. Oh, Digga. Doppelt so viel Stamina. Doppelt so viel Amor. Ja, mit 14.300 Amor, Digga. Du bist richtig rausgeschmissen. Ja. Ja, hab ich jetzt... Komm doch mal, bitte. Ja, ich kann nicht, Mann. Mann, die Folge ist fertig. Ja, aber ich bin hier gerade noch am Ausrüsten. Ich werde gerade so richtig... Oh mein Gott, du bist so aufgehackert. Oh, Mann. Sagst du, dass du reingegangen bist? Ja, nö. Habe ich aber nicht. Okay. So, ab in die Stadt. Ja, tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye. So, ähm... Ja, das war eine weitere Runde Hero Siege. Beim nächsten Mal wird es... Akt Nummer 5 geben. Schwierigkeitsgrad toxig. Vielen Dank fürs Zusehen. Und haut rein. Ich teinn. Ja. C'est ein... Ciao.